Hallihallo Leute und Willkommen zur zweiten Folge Minecraft. In der letzten Folge in der 000-Welt sind wir öfters gestorben und ich möchte diese Welt jetzt nicht lange weiterführen. Dieses Mal werde ich nicht solche Fehler machen. Wir spielen allerdings wieder auf leicht. Das wird jetzt eine wieder so knapp 15 Minuten Folge. Letztes Mal waren es ja 12 Minuten. Das Video habe ich gerade eben rausgehauen. Es lädt gerade. Wann ihr es guckt oder seht oder so, weiß ich nicht. Wir spielen auf dem normalen Picture-Pack auf leicht mit einer Bonus-Truhe. Und nennen diese Welt 0, 0, 1 Ich hoffe, es klappt diesmal besser. Wenn nicht, dann ist das eben so. Ich habe auch noch andere Spiele, die zur Verfügung stehen, die ich let's playen könnte. Da wären einmal Sims, SimCity, also Sims 3, SimCity, Siedler, Rom, Rom 2, um genau zu sein. Dann wäre da noch Lego Star Wars, aber das habe ich schon durchgespielt. Das würde ich jetzt nicht so gerne let's playen. Außer es wäre auch ein super-mega-Wunsch. Und dann hätten wir auch noch zur Auswahl... Äh, ja. Nee, eigentlich hätten wir nichts mehr zur Auswahl. Das wäre es eigentlich. Sims, da hätte ich auch sehr viel Spaß zu let's playen. Also, wenn ihr das möchtet, wäre ich auch Zeitbereit. Hier haben wir mal wieder die Bonus-Truhe. Fackeln und so weiter. Stöcke, Brot und mal wieder alles dabei, würde ich sagen. So. Dann mal let's go. Erkunden wir die Welt. Letztes Mal hatten wir ja mit den Schafen sehr Glück. Sind gleich auf Steinen gegangen oder sowas. Wir gehen jetzt jetzt mal wieder auf Bäume. Bäume. Warte, ich sehe, interessant eigentlich weiß. Die andere Folge wird knapp in 15 Minuten rauskommen. Diese hier wahrscheinlich dann in 35 Minuten. Wie gesagt, es werden vielleicht drei Minecraft-Folgen. Und dann werde ich sehen, wie viele Abos ich kriege, ob ihr euch das Video gefällt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und so weiter. Das werde ich dann alle schauen. Crafting. Table. Diesmal werde ich nicht gleich vollkanne auf... Ja doch, ich werde. Stein. Letztes Mal haben wir auch Eisen gefunden. Das war sehr nice. Das fand ich schon sehr, very nice. Ob wir jetzt nicht mal auch so ein Glück haben, bezweifle ich. Allerdings. Sehr. So. Wie gesagt, ich mache es, glaube ich, wie wir gerne zwei Ofen haben. Wie wir es letztes Mal hatten. Deswegen werde ich jetzt ein paar mehr. Jetzt hat man wohl mehr von Skelett beim Schlafen gestört. Es bleibt was essen, sonst wäre die Welt ganz schön geworden. Aber ja noch. Es kann ja nicht immer alles perfekt sein, sage ich immer. So. 30 Stein. Ich schätze mal, das sollte reichen. Hochstecken, hochstecken, hochstecken. Rausgehen. Wegstecken, wegstecken. Oh Gott. Lol. 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 Über uns ist ein Holzblock. Das ist not very nice. Übrigens, wenn ich zu leise spreche, das ist jetzt gerade noch ein bisschen Aufregung. Dann sage ich das, dann spreche ich ab sofort lauter. Nur für alle, die es stört, aber das werde ich nochmal nachgucken, weil ich habe jetzt keine Schneideprogramme oder so. Wie gesagt, ich bin erst elf. Also, nicht meckern. So, Stein, 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 Stein. Stein. Und fertig. Werden wir die anderen Sachen natürlich wieder wegwerfen. ins Ungewisse. Werden wir uns verschwert und so, alles ins Inventar holen. Ich hatte sogar einen Flansmod, aber auf der Xbox kann man leider keine Mods installieren. Das bedauere ich sehr. Ah, was soll man so machen? Früher ins Bett gehen, frühe Sachen machen. Eigentlich wie erste Folge. Ich glaube, die erste Folge nenne ich Fail. Übrigens, wenn ihr nichts nicht gut sehen könnt auf dem Bildschirm, dann sagt es bitte auch. Da muss ich das Tablet halt ein bisschen näher, äh, da müsste ich die Kamera eben ein bisschen näher und höher stellen. Also, ich hätte immer gerne alles von euch gehört. Probleme, Wünsche und so weiter. Falls ihr das immer noch nicht verstanden habt. Also, falls ich undeutlich war. Oh, und ich glaube, wir müssten mal vielleicht eventuell Kohle machen. Was ist immer das, was ich auch sehr gerne mache? Fackeln. Oh, ich wollte gerade einen Ofen brennen. Das ist auch sehr schlau. Brenne den Ofen. Oh, dabei hatten wir mal hier ein bisschen Putz. Holz, 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 Holz. Hält, da sehe ich hier noch keine Schafe. Letztes Mal hatten wir ja echt Mörderkodak. Ob das dieses Mal so ist? Wird sich da nie herausstellen. Wie gesagt, falls die Bildqualität schlecht ist, wovon ich ausgehe, versuche ich es eventuell, versuche ich es besser zu machen. Was heißt eventuell? Dann versuche ich es natürlich besser zu machen. Damit ich Abonente habe, tue ich doch alles. Und wenn ich nicht 10 Abonnenten habe, kann ich nicht weitermachen, weil das wäre dann nicht gerade von großem Nutzen für mich. Aber es wäre schade, weil ich jetzt playe sicher gerne. Und würde schon gerne weitermachen. Giorno, aber schon noch Schafe. Huh. Wir müssen aber auf jeden Fall Schafe finden oder tauern. Und ich glaube, das wäre langweilig für euch. In der Zeit bin ich mal dabei, Fackeln zu machen. Fackeln, 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 fackeln. Und 26 Fackeln. Und es bleiben noch 5 Kohl. Sag bloß, wir haben keine Stöcke mehr. Oder was geht da ab? 30, das passt. Vielleicht ist es auch hier fertig. 5 Kohl. Perfekt. Abgetan, perfekt gemacht. Einfach nur perfekt. Schade, letztes Mal war das schon echt gute Meppen. Dann lassen wir uns vom Skelett erschießen. Aber da seht ihr mal, dass ich nicht gerne kämpfe. Denn ich hatte ein Eisenschwell. Ich hätte das Skelett durchaus betrinken können und mich dann ins Bett legen können. Aber was gerade war, ich mache jetzt ein Aufnahmespecial mit 3 Folgen. Falls ich es noch nicht wegkriege, glaube ich schaaf. Was gerade war, war gerade. Und man kann es nicht ändern. Und ich will das Schaf vom Baum stoßen. So, das wäre nämlich ziemlich praktisch. Loll, jetzt ist es schaf weg. Tschüss. Oh, wir haben schon noch mal bei. Zwei Schafe. Ja, unser Glück. Unser Glück, sage ich dazu nur. Das erste Spiel nenne ich Finn. Das ist nämlich sowas von Finn. Na, das war auch ein Dicker. Schwein, renn doch nicht! Was ist das? Das ist nicht auf dem Baum. Schiss ab! Nein, das nächste, das würde jetzt mal zuerst reichen. Tschüss von der Not! Oh, das ist auch davon. Verliebt mir so. Bam! Hopp, fünf. Das wäre, als wenn ich Looting auf dem Schwert hätte. Habe ich aber nicht. Also soweit sind wir noch lange noch nicht. Ob wir soweit überleben, ist doch die andere Frage. Ja! Geil. Ein, ne, ne, ne. Ach, das ist wieder... Habe ich ein Looting auf dem Schwert, oder was ist damit los? Ja, ab, oder? Zwei. Zwei. Drei. Yes! Oh, Schwein. Diesmal gehen wir schnell ins Bett. Diesmal verkackt. Dann hab ich, glaub ich, keine... Ja, wenn ich das nicht mehr... Wenn ich diesmal verkackt, hab ich, glaub ich, keine Lust, nicht mehr am geringsten irgendwie was zu machen. Deswegen werden wir entschlafen. Erfolg! Wir haben geschlafen. Es ist kein Online-Spiel. Ich spiele alleine. Oh! Also nur, dass ihr's wisst. Ich darf nämlich nicht online spielen. Das ist nicht zugelassen auf meinem Profil. Auch wenn ich gerne würde. Aber steunen ja eh keine Leute auf dem Server. Und ich bin ja sicher nicht der Einzige, der eins in Let's Plays macht. Cool! War da ein neuer Tag angetroffen? Hab ich das schon angekündigt? Nö, ich glaube noch nicht. Aber das ist unwichtig. Wir haben den ersten Tag überlebt. Lol. Und die Folge ist schon 13 Minuten lang. Das seh ich gerade. Lol, die Kuh soll von dem Baum runtergehen. Eigentlich fällt ihm jetzt. Baum fällt! Oh! 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 Flachwitz! Epik! Ist die denn tot? Da werde ich jetzt den Töten schon was versetzen. Drei, Alter, das ist doch Looting. Das ist so was von Looting. Soll mich nicht stören, also. Wie schon letzte Folge. Ich baue wegen Übersicht, weil ich habe keine Minimap. Immer gerne in Wüsten meine Häuser. Ich habe da meine Minimap, aber die Welt ist auch nicht wirklich groß auf der Xbox. Das ist halt ein bisschen mangelhaft. Aber ich habe nun mal keinen Computer, sondern nur ein Tablet. Und das kann ich auch nicht ändern. Ein Computer kann man sich ja nicht einfach so zu Weihnachten wünschen. Denn es liegt ja auf der Hand, dass ein Computer ein guter mindestens 500 Euro kostet. Es gibt natürlich auch billige Computer für 300 oder 400 Euro. Und übrigens, wenn ihr ein Thema habt, was ich gerne im Let's Play ansprechen soll, könnt ihr das wie gesagt auch in die Comments schreiben. So, nächster Baum. Und dann glaube ich reicht das. Dann suchen wir eine Wüste. Übrigens in Special Orte, wie zum Beispiel Pyramiden, gehe ich auch nicht so gerne rein, weil... Oh, viel Holz. Weil, da gibt es auch Pfeile und ich bin nicht gerade der Miegerkämpfer. Geil, einen nehme ich mit. Vielleicht tropft er draußen. Hm, das wäre sehr geil. Oh ne, Wolf, gegen die habe ich gerade schon gekämpft. Auch wenn es gerade nicht gerade das Tötung, die Tötung war. So, und ich würde sagen, wir sind jetzt knapp bei 16 Minuten. Das war der zweite Park von Let's Play Minecraft und wir sind nicht gestorben. Ist das nicht ein Erfolg? Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Euer Silas